Die Fahrstuhl Die Fahrstuhl ist besetzt, sie müssen warten. Sie sind ein kleiner Mann, sie sind kein großer Mann, sie sind die Bitte. Vor allem zum Bensi, dem Schießsaal vis-à-vis, mit einer Bitte. Die Däne ist so dumm, kann ja nicht so auf ihn sein. Die Däne ist so dumm, kann ja nicht so auf ihn sein. Wir steigern immer die Däne auf den Kahn. Die Fahrstuhl nach oben ist besetzt, sie müssen warten. Wir steigern immer die Däne auf den Kahn. Die Däne hält den Weg nach oben jetzt, es war nicht schade. Wir rollen die Däne dringend an, der Kahn nach oben ist schade. Die Fahrstuhl nach oben ist besetzt, sie müssen warten. Sie möchten auf einmal rausruhen, hören Sie mal, um das Leute jagen. Sie möchten Schritte tun, wenn da nur Fritt tun und nicht erst fragen. Sie möchten fühlen, dass Respekt sie bringt und gibt. Sie möchten fühlen, was der andere gerade noch ist. Die Fahrstuhl nach oben ist gesetzt, die müssen warten. Die können nicht zum Wind nach oben jetzt gar nicht starten. Die haben keine Schuld, warum haben sie nur gelohnt? Denn der Fahrstuhl nach oben ist gesetzt, sie müssen warten. Die haben keine Schuld, warum haben sie nur gelohnt? Die Fahrstuhl nach oben ist gesetzt, sie müssen warten. Die Ecke gehen, der Fahrstuhl nach oben ist gesetzt, sie müssen warten. Die Ecke gehen, der Fahrstuhl nach oben ist gesetzt, sie müssen warten. Vielen Dank.